Ich weiß, ich erinnere mich noch daran. Ja, ist mir schon klar. Hey, Leute! Hey! Hey! Kommt doch mal her. Wie war die Party? Die war richtig nett. Ach ja? Ja. Knaller! Oh, ja. Ähm, also, danke, dass ich hier schlafen darf. Klar, klar, klar. Ja, du schläfst seit zehn Jahren immer mal wieder hier. Du musst uns nicht danken. Oh, ja, danke. Hör auf. John Lennon hat einen Frauenpullover an. Und er ist betrunken. Definitiv. Und was halten wir jetzt davon? Ich würde sagen, er ist nicht betrunken gefahren und war pünktlich zu Hause, also... Gut. Halte ich für klug, diese Halterung. Ja, das halten wir davon. Oder? Ja, wir sind super Eltern. Ja, wir sind super Eltern.